Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Fenster.com, die Nummer 1 für Fenster und Türen online. Heute Morgen gab es eine, muss man fast schon sagen, Hiobs-Botschaft für Sky, wiederum eigentlich sehr, sehr positiv, aber für alle die, die die Formel 1 und FreeTV vermissen, sieht das Ganze nämlich richtig schlecht aus. Sky hat heute bekannt gegeben, dass man die Formel 1-Rechte, die man ohnehin bereits schon bis Ende der Formel 1-Saison 2025 hält, kurzerhand nochmal verlängert hat bis zum Ende der Formel 1-Saison 2027. Das heißt, noch fünf Jahre wird Sky die Formel 1 exklusiv im PayTV halten und das hat man heute stolz auch im eigenen Rahmenprogramm, nämlich verkündet und das ist doch eine kleine Überraschung, über die wir natürlich auch sprechen, man hat es ja groß angekündigt eben, dass man auch vor allen Dingen ab der Saison 2023 noch, wie es heißt, Zitat, innovativere und preisgekröntere Berichterstattungen und Analysen nämlich machen wird und das Ganze auch weiterhin mit Ralf Schumacher, Timo Glock, Sascha Roos, Sandra Baumgartner und Peter Hardenacker und RTL zumindest mal, was die oder was eine ganze Formel 1-Saison betrifft, geht da auch die nächsten Jahre erstmal leer aus. Über das, was Sky da im Einzelnen plant, gucken wir gleich mal, blicken erstmal auf die Statements seitens Sky. Charlie Klaassen, der Executive Vice President bei Sky Deutschland, hat Folgendes nämlich gesagt, Die Formel 1 hat an Stahlkraft noch weiter zugenommen. Rennen für Rennen begeistert sie ein Millionenpublikum auf Sky und unsere Quoten haben sich überdurchschnittlich positiv entwickelt. Wir bieten auf Sky die beste Experience für den Motorsport-Fan mit den kompetentesten Experten der besten Übertragungsqualität, mit allen Rennen in UHD, HDR und auch abseits des Live-Erlebnisses mit dem facettenreichsten Motorsport-Programm. Sky Sport F1 ist eine Erfolgsgeschichte und es freut mich immens, dass wir uns die Live-Rechte langfristig bis 2027 sichern konnten. Die Nachhaltigkeitsinitiativen der Formel 1 und der Einstieg von Audi sind dabei wichtige Signale und unterstreichen die Zukunftssicherheit der Rennserie. Und der Executive Vice President und CEO von Sky UK und Europa, Stephen van Rooyen, hat Folgendes gesagt, Jedes Rennen, jeder Moment, jede Kurve und jede Wendung. Und das alles exklusiv und live auf Sky für die nächsten Jahre. Die Formel 1 bricht weiterhin Rekorde auf Sky mit Millionen mehr Zuschauern als je zuvor in unseren Märkten, angetrieben von neuen jüngeren und weiblichen Fans, was fantastisch für den Sport ist. Und man hat dann auch nochmal ein paar Zahlen in seiner offiziellen Pressemitteilung auch genannt. Die Saison 2022 habe bereits jetzt Zuschauerrekorde gebrochen. Unter anderem sind die Zuschauerzahlen in Deutschland um 24% im Vergleich zu 2021 gestiegen. Und die Hälfte der neuen Zuschauer in dieser Formel 1 Saison 2022 soll unter 35 Jahre alt sein. Und 40% davon, also der neuen Zuschauer, sollen Frauen sein. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis, das habe selbst ich nicht gewusst. Jedenfalls hat man auch ein bisschen natürlich mit Zahlen geklenzt. Der erste große Preis von Saudi-Arabien erzielte mit 1,38 Millionen Zuschauern einen neuen Sky-Rekord für ein Formel 1 Rennen in Deutschland. Und hat sich dann natürlich auch nochmal darauf berufen, dass Sky Sport F1 auch weiterhin der einzige Sender sein wird, der Motorsport in allen Sky-Märkten überträgt. Und der erstklassige Kommentar des Senders soll weiterhin in über 80 Märkten verfügbar sein. Und auch inbegriffen in dieser Vereinbarung ist auch die Formel 2, die Formel 3 und auch der Porsche Super Cup, der ebenfalls oder die allesamt ebenfalls weiterhin auf Sky Sport F1 laufen werden. Das bedeutet also unterm Strich, die langfristige Verlängerung von Sky mit der Formel 1 bedeutet eben also auch in den nächsten Jahren keine Formel 1 bei RTL. Und damit ist auch klar, dass die Formel 1 so schnell auch nicht wieder ins Free-TV zurückkehren wird. Es ist noch unklar, wie das Ganze nämlich im nächsten Jahr aussieht. Also mit diesen vier Rennen, die RTL ja seit 2021 überträgt, wo ich persönlich der Meinung bin, dass das im Endeffekt auch man sich fast schon schenken kann, muss man ehrlicherweise sagen. Weil die Quoten, die gehen natürlich auch ziemlich in den Keller oder sind ziemlich in den Keller gegangen. Das letzte Rennen, das RTL übertragen hat, es lag noch bei ungefähr 2 Millionen Zuschauern. Aber natürlich auch, wenn du als Sender nur vier ausgewählte Rennen übertragen darfst viel mehr und der Zuschauer einfach nicht weiß, wann laufen die, dann schaust du natürlich nicht. Und die, die sich ohnehin entschlossen haben, ein Sky-Abo sich zu holen oder die sich einst dazu entschlossen hatten, ein Sky-Abo zu holen viel mehr, die werden ja dann auch nicht wieder zurück ins Free-TV wechseln, wenn es dann eben diese vier Rennen gibt und die ja dann auch noch durch Werbung unterbrochen werden. Aber jedenfalls ist klar, so schnell wird die Formel 1 zum Free-TV nicht zurückkehren und offen ist es, ob diese vier Rennen, diese vier Promo-Rennen, wie ich sie gerne mal bezeichne, weil ja doch auch um dieses Rennen herum auch sehr viel Werbung für Sky gemacht wird, was ja natürlich auch Sinn und Zweck des Ganzen ist von Sky, sonst würde man es auch nicht an RTL sublizenzieren. Ja, jedenfalls ist das noch offen, wie das da im nächsten Jahr da aussehen wird. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.jampone.de